Svenja ist jedoch weiter uneinsichtig. Sie liebt Tobi und will, wie er, etwas dafür tun, die Welt zu verbessern. Doch das Leben ganz ohne Geld ist härter, als die 19-Jährige es sich vorgestellt hat. Ihr permanent knurrender Magen treibt Svenja schließlich dazu, in der Bäckerei ihrer Eltern zu klauen. Svenja? Mensch, bin ich froh, dich wieder zu sehen. Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht. Wo bist du denn nur gewesen? Ich wollte schon die Polizei entscheiden. Ich bin bei Tobi untergekommen. Du kannst doch nicht so einen Mann ziehen, den du ja nicht kennst. Das ist doch viel zu gefährlich. Außerdem, wovon lebst du denn eigentlich? Mama, Tobi kümmert sich super um mich. Wir kriegen das schon alles hin. Mamas nicht einmal auf meine Anrufe reagiert, euch wenigstens mal bei mir gemeldet. Du kennst es doch, mein Akku war leer. Die kann man mal aufladen. Wir haben momentan keinen Strom. Ich hatte keinen Bock, dass Papa mich so anmeckert, du weißt doch. Dein Vater macht sich genauso Sorgen wie ich. Svenja, bitte komm wieder zu Vernunft. Komm nach Hause. Denk an deine Ausbildung und an dein Studium. Dieser Tobi kann dir offenbar nicht bieten. Mama, ich liebe Tobi. Versteh das bitte endlich. Und ich werd mit ihm auch alles hinbekommen. Das sehe ich. Schleich ich hier in die Backstube und dann steckst du noch heimlich Brot ein. Ich hatte halt Bock auf mein Lieblingsbrot. Außerdem, du weißt, in der Tafel gibt's das nicht. Und Papa spinnet sowieso nicht. Du bist genauso stur wie dein Vater. Nimm mit mit. Dankeschön. Und noch ein bisschen was. Ein bisschen was. Noch Geld hast. Nein, lass stecken. Bitte nimm es. Nimm es an. Nein, ich möchte das wirklich nicht. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich bitte bei mir. Ja, Mama. Ich bin heilfroh, dass ich Svenja endlich wieder gesehen habe. Und wenn ich sie nicht gehen lasse, vergrabe sie erst recht. Trotzdem hoffe ich, dass sie wieder zur Vernunft kommt und dass dieser Tobi auf sie aufpasst. Vier Wochen später lebt Svenja nur noch für ihre Liebe zu Tobi und ihr Engagement für eine bessere Welt. Das Leben ohne Geld fällt der 19-jährigen jedoch immer noch sehr schwer. Und ihre Lage verschärft sich, als Svenjas Regel ausbleibt. Für einen Schwangerschaftstest ist kein Geld da. Und so klaut die Berlinerin erneut. Sie haben gerade was geklaut. Ich möchte jetzt sofort einen Blick in Ihre Tasche werfen. Ich möchte jetzt sofort in Ihre Tasche gucken. Sie haben da gerade was eingesteckt. Das habe ich gesehen. Ich möchte Ihren Ausweis und ich rufe sofort die Polizei. Meine Fresse, oh mein Gott, ey. Ach nee. Zufrieden oder was? Zufrieden? Sie haben geklaut. Ich muss jeden Diebstahl anzeigen. Und ich möchte jetzt Ihren Ausweis und ich rufe sofort die Polizei. Und um einen Anwalt werden Sie überhaupt gar nichts sehen. Ja, dann rufen Sie den an sofort. Ja, okay, dann mach ich. Ist doch eine Ordnung. Sonst rufe ich die Polizei ganz einfach. Ja, schreien Sie mich nicht an. Am Telefon hat Anwalt Niklas Dittberner sofort gemerkt, dass seine Mandantin in einer Notlage steckt und eilt ihr zu Hilfe. Was soll denn meine Mandantin geklaut haben? Was sie geklaut haben, soll das ja? Ein Schwangerschaftstest. Ein Schwangerschaftstest, wunderbar. Also es sieht ja so aus, als wäre meine Mandantin in einer hormonell bedingt schwierigen Phase. Und Sie sehen auch, sie ist vollkommen durch den Wind. Stellen Sie sich mal vor, die ist wirklich schwanger. Können wir es nicht so machen? Ich würde Ihnen diesen Schaden, der ja zum Glück gar nicht entstanden ist, ausgleichen. Und Sie verzichten auf eine Strafanzeige? Immer der ganze Ärger. Das lohnt sich doch nicht. Na, muss ich den blöden Papierkram nicht machen. Dankeschön. Sie können froh sein, dass ich gerade Mittagspause habe. Ich kann nicht ständig wegen sowas bei Ihnen vorbeigucken, Mensch. Ja, ich hab den halt gebraucht und ich hab dir kein Geld bei. Das ist jetzt echt keine besonders originale Erklärung. Tut mir leid. Mann, Sie haben eine Funktion in dem Elternhaus, Sie haben eine Ausbildungsstelle, Sie können studieren. Das wollen Sie alles wegwerfen, weil Sie sich in einen Aussteiger verliebt haben. Wenn Sie jetzt schwanger sind, dann ist für so eine Art von Romantik sowieso nur noch ganz, ganz wenig Platz mehr im Leben. Ich würde sagen, gar keinen Platz mehr. Ich liebe Tobi. Wir werden das alles hinbekommen. Also machen Sie sich mal keine Gedanken. Gut. Ich mache keine Gedanken mehr. Sie melden sich, wenn Sie wirklich mal Hilfe brauchen. Nicht wegen so einem Kinderkram hier bitte, ja? Tschüss. Ciao. Also Fräulein Senger ist offensichtlich blind vor Liebe und erkennt nicht so genau, was für Probleme sie sich bringt. Also wenn die nicht aufpasst, sitzt sie bald im Jugendarrest oder muss irgendwelche Sozialstunden ableistet. Und ich kann einfach nur hoffen, dass sie sich langsam von diesem Abenteurerleben verabschiedet. Denn wenn die bald Mutter wird, trägt die Verantwortung für ihr Kind. Wieder zu Hause macht die 19-Jährige den Schwangerschaftstest und hofft auf ein negatives Ergebnis. Doch die Realität bringt das selbstlose und improvisierte Leben der beiden Aussteiger in Gefahr. Ich weiß doch, dass ich in den letzten Tagen so dolle Bauchschmerzen hatte. Bist du krank? Nein Schatz, ich bin schwanger. Das heißt, du bekommst ein Kind von mir? Ja, aber das ist doch genial. Was? Das müssen wir feiern dazu. Ich organisiere Sekt. Ohne Alkohol natürlich. Schatz. Schatz, mir ist nicht nachfeiern. Aber wieso? Was ist denn? Wieso freust du dich denn nicht? Natürlich freue ich mich, aber schau dich doch um. Ich meine, wir leben in einer Bruchbude. Wir haben kein warmes Wasser. Wir haben keine Toilette. Geschweige denn im Kühlschrank. Und hier soll ich... Hier soll ich mein Kind bekommen irgendwann. Hier soll ich groß werden. Alles. Ach. Komm, wir sind doch die letzten Wochen super miteinander zurecht gekommen. Und das sogar ohne Geld. Wir haben doch alles im Griff. Außerdem kümmere ich mich da um dich. Versprochen. Ja Schatz, das sagst du so einfach. Aber schwanger sein kann kompliziert sein. Guck mal, wie oft mir in der letzten Zeit schlecht war. Wie soll das denn gehen? Du bist doch bei der Uni eingeschrieben. Da bist du doch auch krankenversichert. Also, wenn was mit dem Baby sein sollte, können wir auf jeden Fall zum Arzt gehen. Mann, mach dir mal keine Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Das Kind kriegen wir geschaukelt. Svenja ist sich da jedoch nicht so sicher. Die Aussicht, bald Mutter zu werden, macht der 19-Jährigen bewusst, dass sie nicht länger einfach so in den Tag hinein leben kann und will. Da ihr Freund Tobi den Ernst der Lage verkennt, bittet Svenja ihren Anwalt Niklas Dittberner um Hilfe. Der Jurist kümmert sich sofort um einen Termin bei der Sozialberatungsstelle. Hallo, Herr Kewer. Hallo. Was ist das denn für ein Empfangskomitee? Hallo. Als wenn ihr als Vater für die Anzeige mich zurückgenommen. Ne, leider nicht. Das Ermittlungsverfahren, das läuft noch. Da habe ich noch nichts Neues erfahren. Ich habe den Anwalt hergebeten, weil wir etwas klären müssen. Ja. Sehen Sie, die Lebenssituation von Ihnen beiden, die hat sich jetzt wirklich grundlegend geändert. Vor allem auch für Ihre Freundinnen. Also sich die Schwangerschaft ist eben nicht mehr alle zu behalten. Und ums Kurze, man ist einfach unzumutbar, dass wir länger da in diesem Abbruchhaus leben. Das geht nicht. Das heißt, Sie müssen, weil Ihre Freundin eigentlich zurück wird zu Ihren Eltern, müssen Sie sich einfach eine gemeinsame, richtige Wohnung suchen. Hm. Was soll das jetzt heißen? Dass wir Hilfe vom Jobcenter annehmen und uns eine Wohnung suchen. Ich will aber keine Hilfe vom Staat. Ich kann mir sehr gut selber helfen. Das habe ich die letzten zwei Jahre auch getan. Ich verstehe gar nicht, warum du jetzt einen Aufstand machst. Wir haben doch alles im Griff. Ja, Schatz, wir haben jetzt noch alles im Griff. Aber wir sind bald zu dritt. Ich brauche Babynahrung, wir brauchen alles, Windeln. Das werden wir ganz sicher nicht von der Tafel bekommen. Das stimmt. So ein Quatsch. Und außerdem, ich gehe nicht wie ein Bittsteller da zum Amt und beantrage Hartz IV oder sowas. Und da die Hosen runterzulassen für ein paar lausige Euros. Ich bin bisher ohne Geld ausgekommen. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Ich verstehe auch gar nicht, was wir da überhaupt rumdiskutieren, ganz ehrlich. Herr Kehlmann, Sie müssen irgendwann auch dieses Abenteurerleben aufgeben. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie werden Vater. Sie müssen Verantwortung übernehmen, nicht nur für Ihr eigenes Leben und sich irgendwie so durchschlagen, sondern eben auch für das Leben von Ihrer Freundin, für das Leben ihres ungeborenen Kindes. Tobi, du kannst mich nicht im Stich lassen. Das tue ich doch auch nicht, aber nicht mit Geld vom Staat. Ist alles okay. Ja, es geht schon. Ich habe keine Ahnung, was mit Tobi los ist. Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Ich meine, ich verstehe nicht, warum er sich mit Händen und Füßen gegen Hartz IV wert. Wir sind irgendwann zu dritt. Wir kriegen das nicht einfach so hin. Wir kriegen das einfach nicht mit Tauschgeschäften allein auf die Reihe. Tobi schaffte Svenjas Angst fürs Erste zu zerstreuen. Doch vier Wochen später bricht die schwangere 19-Jährige zusammen. Die Rettungssanitäter finden nur eine Visitenkarte von Niklas Dietberner und verständigen den Anwalt. Der eilt sofort in die Klinik und alarmiert Svenjas Eltern und Tobi. Also, ich habe mit den Ärzten gesprochen. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Die haben eine Ohnmacht diagnostiziert wegen zu niedrigem Blutdruck. Das ist immer bei einer Schwangerschaft vollkommen normal. Das heißt, ihre Tochter braucht einfach ein bisschen Ruhe und das war's. Wie bitte? Meine Tochter ist schwanger? Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Die Ärzte müssen sich irren. Die irren sich nicht. Nein, das hat sie mir selber gesagt. Sie ist schwanger. Das ist ja unfassbar. Svenja? Hier ist Mama. Sag mal, was habe ich da gerade gehört? Warum bist du denn nicht zu uns gekommen? Und der Tobi ist der Vater? Wie bitte? Du hast dir von diesem Penner ein Kind machen lassen? Ich habe doch gesagt, der ist kein Umgang für dich. Hör auf, sie jetzt hier so anzubrüllen. Das ist alles nur deine Schuld. Warum ist das meine Schuld, wenn deine Tochter auf offener Straße umfällt? Du musst deinen Dickkopf wieder mal durchsetzen. Deswegen ist sie doch weggelaufen und liegt jetzt hier im Krankenhaus. Ich habe ihr bestimmt nicht gesagt, sie soll in diese Ruine ziehen und sich ein Kind machen lassen. Weißt du, das Leben auf der Straße ist ein Kinderspiel? Deswegen ist sie doch zusammengebrochen und du hast sie da hingetrieben. Jetzt mach aber mal einen Punkt! Hören Sie mal, das ist jetzt wirklich, das ist nicht richtig, das hier jetzt auszufechten. Ich würde vorschlagen, wenn Sie da miteinander reden müssen, dann machen Sie das bitte draußen. Gucken Sie mal, Sie entspannen sich hier weiterhin einfach. Ich würde sagen, wir gehen mal raus auf den Flur. Doch auf dem Flur geht der Streit weiter. Du Penner hast meine Tochter fast umgebracht. Ich bring dich in den Knast! Herr Senka, bitte. Was ist denn mit Svenja? Es ist nichts weiter wirklich Dramatisches passiert. Geht es dir gut? Diese Freundin hat eine Ohnmacht erlitten, weil der Blutdruck zu niedrig war. Das ist bei einer Schwangerschaft vollkommen normal, das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Jetzt verharmlosen Sie doch nicht alles. Svenja hängt am Tropf und sie kann kaum reden. Du bist nicht nur ein Krimineller, du bist auch noch unverantwortlich. Also körperlich muss es nicht werden. Ich bitte Sie, ja? Du hast meiner Tochter ein Kind angehängt und sie in dieser Bruchbude untergebracht. Warum bist du eigentlich nicht bei den Scheißpennern unter deiner Scheißbrücke geblieben? Also Herr Senka, bitte. Lass Sie auf mit diesem Scheiß gelabern. Ich habe mich immer um Svenja gekümmert. Ja, so gut, dass Sie jetzt hier im Krankenhaus liegen. Was soll dieser Schwachsinn? Das sagen Sie doch jetzt nur, weil Sie sich Vorwürfe machen, weil sie gegen ihn abgehauen ist. Du hast meiner Tochter den Kopf verdreht. Ach, wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie einversüchtig sind. Ich? Einversüchtig auf so ein verlaustes Objekt wie dich? So weit kommt es noch. Natürlich bist du das. Natürlich, eins ist doch klar, Tobi kann am allerwenigsten was dafür, dass Svenja von zu Hause weggelaufen ist. Frau Senka, bitte, bitte, bitte. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Diese kleine Ratte ist an allen Schuld. Sobald es mir besser geht, hole ich sie nach Hause. Hören Sie bitte aus. Nach Hause? Sie wird nie wieder zu Ihnen zurückkommen wollen. Sie hat doch schon längst die Nase voll von Ihnen und Ihrem Spießervater. Ja, und lassen Sie ihn einfach in Ruhe. Sie ist jetzt meine Freundin und das ist auch mein Baby und meine Familie. Und Sie werden mir da nicht hineinreden. Jetzt hörst du mal ganz kurz zu. Hörst du mal ganz kurz zu. Hörst du mal ganz kurz zu. Ich warne es ab. Diesem Sozialschmarotzer werde ich's zeigen. Der kriegt meine Svenja nicht. Dafür werde ich sorgen. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin. Augen und Herzen sind Dynamit. Hey, hey, hey. Die 19-jährige Svenja hat sich in den zehn Jahre älteren Aussteiger Tobi verliebt. Sie hat mit ihren Eltern gebrochen, ihre Ausbildung und ihr Studium geschmissen und ist zu Tobi in einen Abbruch rausgezogen. Die beiden leben komplett ohne Einkommen und wollen mit ihrem sozialen Engagement die Welt verbessern. Doch Svenjas Schwangerschaft ändert alles. Jurist Niklas Dittberner kämpft dafür, dass die beiden ihrem Baby ein ordentliches Zuhause bieten können. Passen Sie auf, ich habe jetzt mal nach einer Wohnung geguckt. Also ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung gefunden. Die ist natürlich nicht besonders groß, ein Zwei-Zimmer, aber immerhin. Und sie hat fließend Wasser und ein Bad. Das sagen Sie, oder? Perfekt. Wir haben doch aber ein Dach über dem Kopf. Sie haben ein Dach über dem Kopf, Herr Kielmann, aber es ist ja keine Wohnung. Also ich meine... Hallo? Hallo? Was wollen die denn hier? Schönen guten Tag, die Polizei. Ja. Guten Tag. Wir haben auch ein Hinweis bekommen, dass sich hier unbefugt Leute aufhalten und es scheint ja auch gut zu sein. Aber wo ist das Problem jetzt? Das Problem? Im gesamten Objekt sind Schilder angebracht. Betreten verboten. Können Sie lesen? Betreten verboten heißt Betreten verboten und Sie hausen hier. Also von daher halten Sie sich widerrechtlich auf und ich fordere Sie hiermit auf, die Räumlichkeit sofort zu verlassen. Was? Einen Scheiß werde ich tun. Hallo? Na ja. Haben Sie mich verstanden? War doch präzise die Ansage. Wie das war... Ja, das meinen Sie ja auch. Streng genommen ist das doch ein Haus Friedensbruch, wenn was genauer nehmen, ja? Ja, aber wir tun doch keinem was. Da haben Sie hier nichts zu suchen. Ich räuche jetzt mal bitte Ihren Ausweis. Der geht nicht. Wie geht nicht? Na dann kommen Sie mit zur Wacke ganz einfach zur Identitätsverstellung. Also Ihren Ausweis bitte. Ja, geben Sie mal einen Ausweis. Ja, den habe ich verloren. Warum sagen Sie das nicht gleich? Ja. Wir haben den Ausweis verloren? Ja. Wollte ich Ihnen eh noch sagen. Also es ist so, der Mensch heißt Kehlmann, ich bin sein Anwalt. Ich kann das auch bestätigen. Er heißt Tobias Kehlmann. Wir machen das so. Sie wirken auf Ihren Mandanten ein. Er verlässt das Grundstück. Wir kommen heute Abend wieder. Sollten Sie noch hier sein und nicht aufgeräumt haben, kriegen Sie das volle Programm. Identitätsverstellung und Anzeige. Präzise? Mhm. Okay. Dann erstmal Wiedersehen. Wiederschauen. Wiedersehen. Sag mal, spinnst du die Bullen so anzumachen? Wieso? Ich mach die. Ja, wieso an ihr? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Und außerdem, wir müssen hier nicht bleiben. Ja, Berlin ist größer noch. Wir können uns überall eine Bleibe suchen. Herr Kehlmann, Sie können sich überall eine Bleibe suchen. Bloß das Problem an solcher Art von Bleibe ist, dass immer die Polizei reinlaufen kann und Ihnen sagen kann, dass Sie bitte mal gehen sollen. Das ist das Problem bei so einer Art von Bleibe. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Sie nicht in diese Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen wollen, die ich Ihnen jetzt gesucht habe. Nein. Wissen Sie, was ich auch nicht verstehen kann? Warum Sie denen den Ausweis nicht gezeigt haben. Sie haben doch einen Ausweis. Überzeugt machen. Ich habe den Ausweis nicht hier. Ich habe ihn gestern verloren. Ist egal. Wenn Sie sich nicht helfen lassen wollen, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Machen Sie Ihr Ding alleine. Bloß verlangen Sie nicht von mir, dass ich da Arbeit und Zeit investiere, wenn nichts bei rumkommt. Ist einfach Quatsch. Sie melden sich bei mir, wenn Sie irgendwie weiteren Rat brauchen und auch in Antwort nehmen wollen. Einen schönen guten Abend noch. Also ich verstehe das Verhalten von den Kehlmann gar nicht mehr. Jetzt will er kein Hartz IV beantragen. Jetzt will er die Wohnung nicht. Und außerdem hat er keinen Personalausweis. Also ich verstehe das ganz langsam nicht mehr. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig und ich werde jetzt herausfinden, was dahintersteckt. Niklas Ditt-Berner findet heraus, dass der anonyme Hinweis von Svenjas Vater stammt, der das Paar auseinanderbringen will. Aus Sorge um die Zukunft seiner Mandanten und ihres Babys engagiert der Jurist einen Detektiv. Der soll Tobis Vergangenheit durchleuchten und entdeckt Schockierendes. Tobi heißt in Wahrheit Johannes und wird wegen schweren Betrugs gesucht. Der Rechtsanwalt will wissen, was dahinter steckt und sucht den 29-Jährigen auf. Der lebt mit Svenja inzwischen wieder unbehelligt im Abbruchhaus. Herr Kehlmann, was sagen Sie dazu? Das habe ich von einem Mitarbeiter von mir. Danach sind Sie nicht Tobias Kehlmann, Sie sind Johannes Kehlmann. Ein mehrfacher Betrüger, den man per Haftbefehl sucht, weil er nämlich mit einem windigen Immobilienfonds Anleger um ihr Vermögen geprellt hat. Was sagen Sie dazu? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich kann Ihnen das erklären. Ja, mein Name ist Johannes. Aber was da in dem Artikel steht, stimmt so nicht. Was soll denn das heißen, das stimmt so nicht? Ich bin kein Betrüger. Das müssen Sie mir glauben, ehrlich. Also nach diesem Zeitungsartikel sind Sie das gut. Das hat nicht viel zu heißen. Aber ich verstehe vor allem nicht, warum Sie mir nicht gesagt haben, dass diese Vorwürfe gegen Sie im Raum stehen und dass Sie per Haftbefehl gesucht werden. Und wissen Sie, Sie haben Ihren Namen geändert, weil das ist ja wohl richtig. Sie haben Ihren Namen geändert und jetzt wohnen Sie hier in dieser Ruine. Da stellt man sich so seine Fragen. Hören Sie, als das damals anfing mit diesem Immobilienfonds, als der geplatzt ist, da flatterten bei mir zu Hause auf einmal jeden Tag Betrugsanzeigen rein. Das, das, ich weiß nicht, das war einfach zu viel für mich. Ich wusste gar nicht mal, was ich machen sollte. Ich war wie überrollt. Tobi alias Johannes beteuert seine Unschuld. Dennoch schämt er sich für seine Vergangenheit. Außerdem wollte ich auch nicht, dass Svenja da mit hineingezogen wird. Warum soll die mit da reingezogen werden? Sie darf doch nichts davon erfahren. Das müssen Sie mir versprechen. Sie hören. Ja. Was soll ich nicht erfahren? Sagt mal, habt ihr etwa Geheimnisse von mir? Nein. Ach, aber diese Story da, das ist Blödsinn. Svenja fällt aus allen Wolken. Sie liebt einen Mann, der mit krummen Geschäften viele Menschen in den Ruin getrieben haben soll. Sag mal, Tobi, willst du mich verarschen? Du bist gar nicht dieser sozial hilfsbereite Mensch, den du mir die ganze Zeit vorgemacht hast. Du bist einfach nur ein Betrüger. Du hast mich die ganze Zeit angelogen. Tobi, ich bin schwanger. Jetzt kann jede Minute hier diese scheiß Polizei kommen und uns rausholen. Das stimmt, Herr Kämer. Die Polizei kann hier jederzeit reinkommen und sich bei Haftbefehl mitnehmen. Sie sind gesucht. Sie können hier nicht bleiben. Svenja, ich bin kein Betrüger. Lass es dir bitte erklären. Tobi, wir leben hier in so einer scheiß Bruchbude. Wir haben nix. Wir haben wirklich gar nix. Ich dachte, wir machen das aus Idealismus. Dabei versteckst du dich wie so ein scheiß Feigling einfach nur hier. Nein. Nein, lass es nicht. Svenja, bitte. Du bist jetzt aufgeregt. Aber wie kann dir das alles erklären dazu? Tobi, ich habe alles verstanden. Nein, ich bin kein Betrüger, hörst du? Ach komm, rede mich. Nein. Tobi, lass mich in Ruhe. Ich bin darüber reden. Nein. Svenja. Aus Liebe zur Aussteiger Tobi hat sich Svenja von ihren Eltern Stefan und Bettina abgewandt. Vor allem ihr Vater war von Anfang an gegen die Beziehung. Nun hat die 19-Jährige herausgefunden, dass Tobi Johannes heißt, kriminell sein soll und von der Polizei gesucht wird. Räumütig kehrt Svenja zu ihren Eltern zurück, verzweifelt und im zweiten Monat schwanger. Ich hätte von Anfang an auch hören sollen. Tobi oder besser Johannes hat mich von Anfang an belogen. Wieso Johannes? Was hat er dir denn angetan? Mama, er hat mir nur was vorgemacht. Hat er etwa eine andere? Mann, nein. Tobi wird mit Haftbefehl gesucht. Er ist ein Betrüger und er ist auch nicht Tobi, er ist Johannes. Er hat mit irgendwelchen Immobilienfonds, die er an reiche Leute verkauft hat, denen das ganze Geld aus der Tasche gezogen. Obwohl er von Anfang an wusste, was Sache ist. Der Kerl ist kriminell. Ich hab's von vornherein gesagt. Und woher weißt du das alles? Es stand alles in einem Zeitungsausschnitt. Mama, wie dumm konnte ich sein, Mann. Er ist so ein Arsch. Ich bin froh, dass du zu uns gekommen bist. Sie sind immer für dich da. Hätte ich sofort auf Papa gehört. Ach Prinzessin, ärgere dich nicht über den Kerl. Das ist er doch gar nicht wert. Und das mit dem Kind, das kriegen wir auch hin. Eine Woche später. Svenja lebt wieder bei ihren Eltern und arbeitet auch wieder in deren Bäckerei. Mit Tobi alias Johannes will sie nichts mehr zu tun haben. Doch der gibt nicht auf und bittet Rechtsanwalt Niklas Dittberner darum zu vermitteln. Die 19-jährige ahnt nichts von dem Versöhnungsversuch. Svenja. Was willst du von mir? Ich will mit dir reden. Ja, schön, ich aber nicht mit dir. Tobi, du bist für mich gestorben. Svenja, hör mir bitte zu. Ich liebe dich über alles. Und ich will, ich kann auch nicht mehr ohne dich leben. Ich habe Mist gebaut, aber lass mich dir erst mal erklären, was wirklich passiert ist. Ich habe bestimmt viele Fehler gemacht. Aber der Größte war dir nicht zu verraten, warum ich in diesem Abbruchhaus lebe. Aber ich hatte Angst, dich zu verlieren. Und außerdem wollte ich dich da nicht mehr hineinziehen. Hineinziehen? Also bist du doch ein Betrüger, ja? Nein. Bis vor zwei Jahren habe ich selber noch als Banker gearbeitet. Und wohlhabenden Leuten einen Improbierenfonds verkauft. Als dieser geplatzt ist, war ich selber völlig überrascht. Ich wollte auch niemandem schaden mit meiner Arbeit. Und das musst du mir glauben. Tobi, du wirst mit Haftbefehl gesucht. Du hast deinen Namen geändert. Du bist untergetaucht, alles. Ja, das ist richtig. Aber, Mann, das hat mir echt... Hört zu, die haben ihr ganzes Geld verloren durch mich, durch meine Arbeit. Und das konnte ich mir einfach nicht mehr verzeihen. Und da habe ich mich für ein Leben auf der Straße entschieden, ohne Geld. Ich wollte einfach einen Neuanfang machen. Ich habe niemanden bewusst betrogen. Das wirklich. Er käme das Wichtigste an, aber auch vergessen. Also tatsächlich ist es so, dass der Haftbefehl, der ist mittlerweile aufgehoben worden. Okay. Die Sache also auch geprüft. Er hat sich ja nur wegen Betrug strafbar gemacht, wenn er falsche Sachen behauptet hätte oder was nicht gesagt hätte, aber er ist all seinen Informationspflichten nachgekommen. Dann hat die Anleger aufgeklärt. Also nach meinem Dafürhalten haben sie sich wirklich nicht strafbar gemacht. Mann, die Einzige, die ich belogen habe, das bist du gewesen. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Das war bescheuert. Kannst du mir das nochmal verzeihen? Denken Sie an die Zukunft. Ein Kind braucht seinen Vater. Ich liebe dich wirklich. Tobi, ich liebe dich auch. Und wir kriegen kein Kind, aber wir müssen es langsam alles auf die Reihe bekommen. Hättest du, ich habe schon nach einem Job geguckt. Ja? Und wenn ich erst mal Geld für unsere Familie verdiene, dann miete ich auch eine Wohnung. Wenn du das noch willst. Ja, klar will ich. Niklas Dittberners Arbeit ist nun erst einmal getan. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, als Svenja gesagt hat, dass sie mir glaubt. Ich hätte mich dieser ganzen Betrugssache schon viel früher stellen sollen. Und Svenja hätte ich auch mehr vertrauen müssen. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind. Svenja hält die Versöhnung vor ihren Eltern zunächst geheim. Sie weiß genau, dass ihr Vater Stefan sonst erneut versuchen würde, die beiden auseinanderzubringen. Erst als Johannes nach drei Wochen seine Versprechen wahr macht, traut sich das verliebte Paar die Wahrheit zu sagen. Das glaube ich ja wohl nicht. Was machst denn du hier? Raus aus meinem Laden, aber ganz schnell. Papa beruhig dich. Ich habe das alles mit Tobi abgesprochen. Was, du hast dich von diesem Kriminellen wieder um den Finger wickeln lassen? Papa Tobi ist kein Krimineller. Das habe ich doch irgendwo schon mal gehört. Wir haben mit dem Anwalt gesprochen. Die Bank für die Johannes gearbeitet hat, die hat ihm das alles in die Schuhe geschoben, Papa. Tobi kann nichts dafür. Und was willst du jetzt machen? Also, Johannes hat jetzt einen Job und wir haben uns eine Wohnung gesucht. Und wir werden zusammenziehen. Was? Ein Teufel werdet ihr? Und wenn er 20 mal unschuldig ist, du kannst doch für diesen verlausten Affen nicht deine ganze Zukunft an den Nagel hängen. Papa, ich werde mein Studium und auch meine Bäckereilehre weitermachen. Prinzessin, was ist, wenn er dich wieder verarscht? Mich Stefan, siehst du nicht, dass Johannes ehrlich mit Svenja meint? Er verdient jetzt Geld und hat eine Wohnung angemietet. Was willst du denn noch? Komm ihm dir schon rum. Ihr verlangt was von mir. Na schön. Aber das eine sage ich dir. Wenn du meine Tochter unglücklich machst, dann kannst du was erleben. Ich liebe ihre Tochter wirklich und ich werde mich um meine Familie sorgen. Svenja ist überglücklich. Endlich kann sie mit ihrem Traummann zusammen sein, ohne dafür auf ihre Eltern verzichten zu müssen. Fünf Monate später wurden die Betrugsvorwürfe gegen Johannes zurückgenommen. Auch Svenjas Verfahren wegen Sachbeschädigung wurde gegen Zahlung von 500 Euro eingestellt. Gemeinsam mit Vater Stefan hilft das junge Paar weiterhin in der Berliner Tafel. Bis zum nächsten Mal! Eu abol' das Railed Witch crimes. climb眼los durchsetzen. Je 업elaidee. Junge es eigentlich immer noch einmal über Augs Caoimann mit der Welt Gottes Welt er Soviet. Molt forumdet BIGGee. Der Hotel Team Ganze hat consciously geführt gerade aus noch einmal über die Kung Baronessand ged Premes